Okay, wir gehen direkt ins, oh, 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 jetzt geht aber schnell los. Wir gehen direkt ins nächste Halbvideo. Aua. Was läuft, was läuft. Willkommen zum nächsten Video. Ich glaube, auch einer der Gründe, warum es so lecker schmeckt, ist das Särgen. Särgen hat das Fleisch parrainiert. Aber es war keine Kunst, weil du musst dir vorstellen, das Gewühl zwar schon da. Schon mal ein Fasen sind Pfeffermüchel. Geht das? Ich glaube, das ist aber auch wirklich entgegen. Stunkelzeln. Pokal. Es geht um das Sabob, es geht um den Pokal. Wird ohne Pfeffer gekocht dann heute. Ihr müsst ein bisschen Gas geben. Ich mach das schon mal herbei. Akkurat habe ich noch nie gehört, dass jemand das so als Trendwort benutzt. Cringe leider ja, finde ich mega unangenehm. Suess. Suess kenne ich gar nicht. Sieht ja aus wie 14. Mann, ich gönne ihm wirklich, dass er endlich eine neue Freundin hat. Ach, das ist seine Schwester. Das ist natürlich, da heisse ich mich zurück. Er ist sogar Medic. Das klingt denn, wie er hat ne Kopf nur. So, Herrn Eres, könnt ihr mal den Automaten da heilen lassen? Ja, das ist egal. Lassen Sie mal bitte den Automaten heilen. Nein, vielleicht mal ne Runde mit Kylo gehen und dir nicht im Präsidium nerven. Sonst endest du in der Zelle wie vor 10 Jahren. Ansonsten, wenn du nicht endlich deine Sch***zell sitzt, sie zu lebenslänglich. So weit verstanden? Ich habe es immer geprägt, ich brauche sie in die Runde. Wieso? Aber bitte. Ich habe den Weg. Sein Hintergrund gefällt mir, also ich muss sagen, das sieht schon sehr gemütlich aus. Habe ich schon mal gesagt. So sieht mein Setup auch aus. Nur ohne die Kerzen und ohne den Bildschirm und mit mehr Müll und ohne Couch und super viele leere Kartons und dann einfach ein Greenscreen davor, Filter an, fertig. Das ist ultra sick. Ihr wisst gar nicht, wie viel Stauraum ich hinter dem Greenscreen habe. Ich muss immer aufrollen und dann so, hm, ja, wo kommt das hin, keine Ahnung. Scheiß drauf, ich packe es hinter den Greenscreen. Fertig. Das ist wie ein zweiter Raum. Ich kann da alles hintun. Aus was für einem Grund auch immer, ich habe wirklich gedacht, das wäre ein echter Kamin. Und zweitens sehe ich jetzt erst, wie gefährlich er die Kerzen dahin positioniert hat. Wenn die Kerze umfällt, ja, das wäre schlimm. Bruder, sagt ehrlich, das sieht aus wie ein echter Kamin. Ach, das sind auch keine echten Kerzen. Hä, zweimal? Ey, du kleiner, du *** und so, wenn du hier reinkommst. Was hast du vor? Vielleicht will der auch einfach nur zocken. Digga, vielleicht will der zocken. Sein Scheiß, ernst? Wie dreist kann man eigentlich sein? Ist der einfach hier reingekommen? Wollt mir gerade meinen Garten, Plastikstuhl klauen? Was verstehst du nicht, Drain? Was bedeutet Kaminakubim? Hör mal festnehmen. Ich hab gar nichts gemacht. Guck mal, ich damals, wo ich klein war damals, ich hab immer die drei Fragezeichen angemacht auf Höcker City. Kennst du die drei Fragezeichen? Kennst du die drei Fragezeichen? Was ist denn mit ihm los? Was ist das für ein Game? Und auch das ekelhafte Lachen. Was für Seiten bist du gerade? Ah, ha, 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 ha. Kabelbinder sind das. Hast du das auch keine Kabelbinder? Das sind Kabelbinder. Was bedeutet Teil 2? Es riecht komisch. Ein Weihnachtsgeschenk. Ach nein, Alufolie. Ich hatte ja so Gefühle. Riecht das nach was? Ja, stinkt. Boah, stinkt das. Was ist das denn jetzt? Was ist das Besserspray? Ne, hör auf. Hey, was ist denn das Stinkerspray? Oh, das ist eine Marm damit eingespritzt. Spannend, aber es ist einfach auch echt heiß, gell? Es ist schön, dass meine Pflegerin heute da ist. This is Ayudel, we coming in Los Santos, and a the fire to Santos. I can't see the police, I can't see the police, yeah. Alarmanlagersang, zombies. What, das sind ultra viele. Hilfe, bitte helfen Sie mir. Raus aus dem Schutzraum. Hilfe, ich brauche Hilfe im Schutzraum. Der Schutzraum bietet null Schutz, gar nicht. Mach ihn weg. Mach ihn weg. Das war nicht der Schutzraum. Mach ihn weg. Wo ist der? Den, 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 den gelben. Dreh dich um. Mit den Augen, den gelben da, den Doppelsattel. Oh, no, no, no. Der Kript, ich kriegst etwas auf, Bint, der kommt immer näher. Hallo. Ja. Hallo, hör auf, mein bester Freund zu trägen. Oh. Oh. Du. Bint, der ist 10. Entschuldigung. Junge, rede doch nicht, während du den Cam gerade abends verschiebst. Dave, was du sagst, juckt mich schon lange nicht mehr. Ich verschiebe die Cam und rede, wie ich will. Ich kann auch während dem Video so machen. Das Video soll Dave schneiden. Hallo, Ma'am. Wissen Sie, wo ich hier irgendwie ein Pferd besorgen kann? Da müssen Sie mit der Pferde-Range-Besitzerin... Na, passt schon. Danke. No probleme. Oh, da wollte ich fast, da wollte ich fast sie vom Pferd schlagen. Pinkeln verbindet, weißt du? Da hab ich die besten Freunde kennengelernt. Gut. Dann noch einen schönen Abend, ja? Ja, ich muss in die gleiche Richtung. Das ist der Wiebzlöck, Digga. Hau rein, ne? Ja, ich muss in die gleiche Richtung, wie du. Wie funktioniert das? Wo muss ich denn da draufdrücken? So, zur Seite? Ja, gefällt dir das, hm? Gefällt dir das, wenn ich meine tiefe Stimme in die Ohrmuschel schmiere? Hm? Ich kann mal fahrst ein E-Bike. Bastard. Boi. Einmal guck ich in den Chat. Und ich treff genau dieses Schild, was mitten in der Straße steht. Alles außenrum ist frei. Ohhhh, deine verdammte Hu. Ähm, hasselnde Mom. Die arbeitet ganz hart für ihr Geld. Elina. Okay. Perfekt. Einfach. Nur noch. Perfekt. Ihr nehmt diese Banane und dann ganz schnell in der Mitte durchbrechen. Und dann, man drückt sie dann einfach so raus. Und schon könnt ihr, habt ihr einfach eine Bananenhalterung. Alter. Hm. Das schmeckt ja viel besser als sonst. Du musst aufräumen, ingame. Hier ist doch gar kein Dreck. Was? Wo kommt denn der Dreck her? Der chillt immer noch Mitte. Ja. Den hab ich. Ich hab'n Leck. Der geht einfach mit Kleidung in den Boden. Wollen sie mich verärschen? Warte mal, Digga. Oh. Sehr gute Highlights wieder. Sehr gute. Dieses Mal kein Konzept besser geht als satter Hugo. Ja. Ja. Oder? Weil du nichts gezahlt hast? Okay, okay.